Heute geht es um Generative Fill. Das ist eine Funktion von Photoshop und genauer in der Beta. Das bedeutet also, wir haben eine zweite Version von Photoshop auf dem Rechner, mit der wir arbeiten. Das bedeutet allerdings auch, ihr könnt nur damit arbeiten, wenn ihr Zugang zur Creative Cloud habt. Aber vielleicht habt ihr das ja oder ihr kennt jemanden oder jemand kennt jemanden und ich zeige euch mal, was das heute so kann und was das mit unserem Hobby zu tun hat. Erst einmal, ihr braucht überhaupt nicht auf diese Website zu gehen. Ihr könnt auch einfach direkt in eure Creative Cloud. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was die Creative Cloud ist, das ist sozusagen die Web-Applikation, über die man alle möglichen Dinge herunterladen kann, wenn man Zugang zu den Adobe-Programmen hat. Und da gebt ihr einfach Photoshop Beta ein. Installiert das ganze Programm, bei mir ist es jetzt natürlich schon installiert und dann könnt ihr es starten nach 3-4 Minuten Installationsprozess. Im Großen und Ganzen sieht das Ganze jetzt erst einmal aus, wie Photoshop sowieso aussieht, aber es unterscheidet sich davon, denn wenn ihr hier unten mal einmal in meine Leiste reinschaut, dann seht ihr, hier habe ich jetzt gerade ein anderes Photoshop-Symbol. Das liegt daran, dass das die Beta ist. Die ist weiß mit blauer Schrift da drauf, während die Vollversion von Photoshop in dunkelblau gehalten ist. Das heißt also, ihr könnt auch theoretisch diese beiden Programme parallel nebeneinander laufen lassen oder über zwei verschiedene Geräte. Naja, Account-Sharing. Was wollen wir jetzt damit machen? Erstmal wild ausprobieren, was man damit überhaupt so anstellen kann. Dafür habe ich einmal ein Bild von Pixabay runtergeladen. Übrigens, woher nimmt Photoshop diesmal seine Informationen? Die kommen von den ganzen Bildern in der Creative Cloud von Adobe selber. Man hat ja da auch die Möglichkeit, Stockfotos abzugreifen und im Moment funktioniert diese Beta auf Basis der eigenen Bilder. Das heißt, die Lizenzrechte an diesen ganzen Bildern liegen sozusagen bei Adobe und die stellen euch das im Moment in dieser Beta kostenlos zur Verfügung. Ob das später eine eigene Applikation wird, ein kostenpflichtiges Plugin oder ob das einfach nur Teil von Photoshop wird, weil sich das sozusagen mit dem Zeitgeist mitbewegt, werden wir dann herausfinden. Im Moment ist es noch komplett kostenlos. Naja, abgesehen von den monatlichen Gebühren, die man für die Creative Cloud möglicherweise ja trotzdem bezahlt. Also, erst einmal habe ich das Bild in der Originalgröße hier reingeholt. Und da sah es so aus. Und das Erste, was ich machen wollte, war, das Gesicht zu verändern. Das heißt, es ist relativ einfach. Wir gehen da einfach mit dem Auswahl-Tool drüber. Das geht sowohl mit dem Lasso-Tool als auch mit diesem quadratischen Tool. Und ihr könnt auch mehrere Sachen über Tastenkombinationen oder sowas markieren auf einem Bild. Und dann müsst ihr eigentlich nichts anderes machen, als hier unten reinzuschreiben, was sich verändern soll. Generieren das Ganze, warten einen kleinen Moment. Und das Ganze passiert übrigens auf eurem Rechner. Wenn ihr Feedback gebt, dann wird das online über die Creative Cloud weitergeleitet. Ansonsten generiert ihr über eure Grafikkarte oder euren Prozessor, je nachdem, wo die Grafik sozusagen drinsteckt. Jetzt seht ihr, folgendes ist passiert. Der Kopf hat sich völlig ausgetauscht. Wir sind noch in der gleichen Optik. Jetzt guckt uns aber irgendwie sowas wie ein Cowboy an. Wir generieren immer gleichzeitig drei Bilder und gucken mal, ob ein zweites oder drittes davon möglicherweise ein bisschen besser geeignet ist. Gut, jetzt haben wir keine Frau mehr an der Stelle. Aber ihr merkt daran auch, wenn man jetzt Bold Woman eingeben würde, schauen wir mal, was dabei rumkommen würde. Er legt dafür übrigens jedes Mal eine neue Ebene an dieser Stelle an. Die sind jetzt bei mir hier ganz oben gelandet, wie ihr seht. Und wenn ihr die zum Beispiel einfach nicht mehr haben wollt, weil die Ergebnisse totaler Schrott sind, dann könnt ihr sie auch ganz schlichtweg löschen. Ihr seht in den Variationen hier oben auch übrigens die anderen Bilder. Es sieht immer noch nicht so ganz aus, wie wir das Ganze haben wollen. Das liegt aber auch daran, dass im Moment das Ganze einfach am besten mit vernünftigen Porträts arbeitet. Denn diese ganzen erstellten Grafiken sind schwerer zu erfassen für das Programm. Gucken wir mal, was ich trotzdem damit machen konnte. Wenn euch das zum Beispiel gefällt, könnt ihr das jetzt also liken, disliken, melden, wenn was völlig schief gegangen ist. Oder wie gesagt, einfach anklicken und sagen, ich möchte jetzt die Version nicht mehr haben und kann sie löschen. Oder aber ihr haut einfach die ganze Ebene in die Tonne. Jetzt sind wir also wieder bei unserer Grundversion und ich sage euch einfach mal, was ich so gemacht habe, um dann da weiterzukommen. Ich wollte also erst einmal das Gesicht verändern. Ich wollte, dass sie einfach ein bisschen mehr zu mir schaut. Wenn ich jetzt hier auf die Ebene gehe, sehe ich auch wieder, was da eingegeben worden ist. Face to Viewer. Das wollte ich also, dass das passiert. Die anderen beiden Gesichter haben mir nicht so gut gefallen. Wobei, das ist eigentlich auch ganz hübsch. Das hier ist mir einfach von der Farbe her nicht mehr passend genug. Das war die dritte Variante und da habe ich mich dann entschieden. Da möchte ich ein bisschen weiterarbeiten und habe dann geguckt, was ich als nächstes machen möchte. Habe die nächste Ebene angemacht und ich wollte daraus jetzt erst einmal ein Woman Victorian Painting machen. Weil so gesagt, das sieht doch eigentlich ganz schön aus, wenn das so ein Bilderrahmen ist. Als Handout möglicherweise von einer alten verstorbenen Frau oder sowas, die zu dem Zeitpunkt noch jung war und jetzt als Geist durch unser Schloss durchspukt oder sonst etwas. Aber man kann auch andere Dinge damit machen. Hier habe ich dann zum Beispiel das Ganze als Wall Painting fertig gemacht, als Öl Painting an einer Wand. Das sah dann zum Beispiel in Alternativen auch so aus, weil ich Horror mit dazu eingegeben habe. Oil Painting in Horror House. Und bin dann zu diesen Ergebnissen gekommen. Das hier passte nicht ganz so rein, aber wie gesagt, man braucht ja nicht alles nehmen. Und so ging das dann Schritt für Schritt weiter. Jetzt wollte ich allerdings, dass diese Frau auch sowas wie Beine bekommt. Habe also die nächste Ebene drüber gelegt und habe da eingegeben, einfach nur Horror. Und dann hat er für mich automatisch hier unten bei der Dame dann diesen Rock mit angelegt. Hat den ganzen restlichen Bildstil sozusagen erhalten und weitergearbeitet. Und dann wollte ich noch das hier oben ausgetauscht haben, weil mir das so einfach nicht gefallen hat. Und habe dann dementsprechend eingegeben Wall. Und wenn ich Wall eingegeben habe, hat er mir das hier einmal rausgespuckt. Und das hier und das hier. Und das war noch nicht so ganz das, was ich wollte. Wobei ich mit dem hier eigentlich schon einigermaßen zufrieden war, weil es schon ein bisschen aussah wie so ein abgerissenes Bild. Ich habe das Ganze also nochmal drüber arbeiten lassen, habe Shadow und Monster eingegeben. Und kam dann unter anderem bei dieser Bilddarstellung rum. Hier muss ich nochmal einmal kurz korrigieren, weil ich das auf das andere Bild optimiert habe. Und so sah das Ganze dann hinterher aus. Es konnte dann zum Beispiel auch so ein Monster dabei rumkommen oder so eins. Ihr seht, das passt nicht immer. Aber wenn ihr nach und nach durch die Variation durchgeht. Ich habe hier dreimal generiert, also neun Bildvarianten. Dann kann das Ganze zum Beispiel so aussehen. Aber dann habe ich mir gedacht, jetzt probieren wir doch erstmal weiter mit einem anderen Bild. Und nehmen mal etwas, was ein bisschen mehr klassisches Porträts ist, um vielleicht bessere Ergebnisse zu bekommen. Ich habe mich also für diese Darstellung einer keltischen Frau entschieden. Und habe das Ganze dann weiter bearbeitet. Übrigens einfach alles in der gleichen Datei, damit ich hier immer weiter hochklicken kann. So sah also das ursprüngliche Bild aus. Dann habe ich mir erst einmal überlegt, okay, ich möchte gerne, dass da mehr mit Bildwerk passiert. Ich habe also einfach mit dem Auswahl-Tool hier alles gegrabt. Habe dann auf Auswahl geklickt und auf Auswahl umkehren, weil ich ja möchte, dass sich drumherum alles verändert. Und mit der Auswahl mounten ist dann Folgendes passiert. Das ist aus meinem Bild geworden, das ich da vorher so haben wollte. Das ist, finde ich, schon mal ziemlich cool, weil hier einfach Beine mit dazu gemacht worden sind. Das ist alles völlig vernünftig weitergeführt worden. Nochmal, ich mache es mal weg. So sah es vorher aus, so sah es nach der Bearbeitung aus. Also ihr seht auch, wenn ihr zum Beispiel auf die Bergkanten hier guckt, dass auch in dem Bildbereich, den ich nicht markiert habe, sozusagen das Ganze angegliedert wurde. Ich habe gedacht, okay, hiermit kann ich weiterarbeiten. Dann habe ich mir überlegt, ich möchte gerne, dass ein Vor aufgebaut wird und bin zu diesem Ergebnis gekommen. Ich hatte da einfach hier so einen Rand gezogen und das wurde mir da reingesetzt. Dann wollte ich als nächstes, dass da Ferries und Mushrooms bei rumkommen. Und dabei ist dieser große Pilz rumgekommen. Die anderen sehen auch irgendwie interessant aus. Den fand ich sozusagen noch am besten optisch in die Landschaft passend von der Farbgebung her. Und habe gedacht, okay, die Feen fehlen mir jetzt gerade, aber der ist doch zumindest schon mal ganz cool. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr im Bild drin haben. Also habe ich mich entschieden, ich möchte noch ein Schwert im Gras liegen haben. Übrigens immer alles bitte auf Englisch. Auf Deutsch funktioniert es noch nicht. Und dabei sind diese Schwerter herumgekommen, die alle eigentlich ziemlich gut darin aussehen. Ich habe mich dann für das hier entschieden und habe dann gedacht, ich möchte ganz gerne noch, dass hier hinten noch ein Vulkan entsteht. Dafür habe ich also eingegeben, einfach nur Volcano, habe das Ganze einmal generiert und bin dann bei diesen Ergebnissen angekommen. Hier könnte es also zum Beispiel auch einfach sein, jetzt habe ich zwar Vulkan eingegeben, aber ich habe nur schwarze Säule. Das könnte also brennen da hinten. Manche der Bilder sind besser oder schlechter. Hier sieht es eher aus wie ein Schornstein mitten im Berg. Hier geht es eigentlich auch wieder, aber weißer Qualm, roter Qualm und so weiter. Wie gesagt, ich habe mich hinterher für das hier entschieden, weil mir das einfach am besten gefallen hat, wobei ich das, wie gesagt, auch ganz cool finde. Und dann habe ich gedacht, okay, wir müssen immer noch weiter ausprobieren. Wir sind noch nicht am Ende. Was können wir damit noch machen? Und dafür habe ich mir eine Magic-Karte ausgesucht. Ich bin also auf Trader gegangen und bin bei dieser Tiamat-Karte gelandet. Ich will natürlich nur das mittlere Bildelement, habe aber erst mal das ganze Bild kopiert. Habe mir dann diesen Mittelteil hier ausgeschnitten, auf eine zweite Ebene gelegt, sodass das Ganze dann jetzt hier nicht mehr gebraucht wird. Und ich kann den Rahmen also weglegen, habe jetzt nur noch das Bild hier und mit dem wollte ich dann weiterarbeiten. Und dabei ist dann folgendes rumgekommen. Ich habe also wieder einfach das ganze Bild hier markiert, habe die Auswahl umgekehrt und habe dann eingegeben, ganz einfach nur Battle. Und als ich Battle eingegeben hatte, ist aus dem Bild meine Auswahl das hier geworden, was schon ziemlich cool ist. Die Flügelspitzen sind dazu gekommen. Insgesamt wurde das ganze Bild sehr sinnvoll ergänzt. Und wir haben allerdings hier unten noch was dazu bekommen, was irgendwie nicht ganz so battle-mäßig aussieht, wie ich das haben wollte. Also habe ich das Ganze hier noch einmal quadratisch markiert, habe eingegeben Cliff und Lava, weil ich da eine Lavaküste haben wollte. Und dabei ist das hier herumgekommen. Und so sieht das Bild schon ziemlich cool aus. Wenn das Handout also einfach zu klein ist oder der Ausschnitt euch nicht gefällt, könnt ihr das unglaublich hiermit erweitern. Und wenn wir schon bei Erweiterung sind, war meine nächste Idee, was kann das Ganze eigentlich möglicherweise mit Battle Maps oder mit Landkarten machen. Also bin ich auf die Website von Incarnate gegangen und habe einfach geguckt in der Galerie gleich die allererste Karte, sozusagen das Vorführmodell von Incarnate, Mordino. Und das wollte ich ein bisschen überarbeiten. Habe mir also dieses Bild wieder kopiert, es rübergeführt in Photoshop und es einfach mitten reingeklatscht. Ich muss es noch ein bisschen größer skalieren und so sieht es jetzt gerade erst mal in der ersten Fassung aus. Dann habe ich das Ganze wieder markiert, die Auswahl umgekehrt, damit ich das ganze restliche Bild bekomme, habe eingegeben Fantasy Map und dabei kam folgendes rum. So sieht das Ganze schon mal deutlich größer aus. Wir haben noch ein paar Elemente, die mir noch nicht so mega gut gefallen, aber es ist auf jeden Fall schon mal viel, viel cooler und größer geworden. Also habe ich gedacht, okay, ich markiere jetzt erst mal den Bereich hier oben und möchte daraus eine richtige Eiswüste machen. Und als ich das gemacht habe, ich habe also sozusagen diesen Ausschnitt markiert, ist folgendes dabei rumgekommen, Eiswüste. Und das sieht schon ziemlich cool aus. Hinten geht so ein bisschen das Eis weg, wir gehen in höhere Berge möglicherweise rein. Deswegen habe ich gedacht, na, ich möchte da noch ein bisschen nachschärfen. Habe also da oben die Sachen mit dem Lasso-Tool nochmal ausgeschnitten, habe dann Wall of Ice eingegeben und dabei kam folgendes rum. Hier habe ich jetzt also mehr Berge bekommen, die wollte ich auch, aber diese komischen Eiszapfen hier oben, die gefielen mir noch nicht. Also habe ich die nochmal mit dem Lasso-Tool ausgeschnitten, habe als nächstes eingegeben Mountain und Snow und kam hierbei rum. Und jetzt ist meine Karte ja ziemlich sinnvoll vollständig hier oben ergänzt. Und es sieht einfach genauso aus wie das, was wir sowieso schon bekommen haben oder zumindest optisch schwer verwechselbar. Man könnte meinen, dass das absichtlich so war und dass das alles original so in Inkanate passiert ist. Das hat mir natürlich unten alles noch nicht so richtig gefallen, also musste ich da noch ein bisschen weitermachen. Habe also dann hier unten einfach mal ganz wild markiert, quadratisch wieder und eingegeben Desert. Und als ich Desert eingegeben habe, passierte das hier. Aus den vorherigen Orten oder was auch immer diese komischen Krümmel waren, der Schrift hier, ist dann das geworden, was schon mal deutlich mehr nach Wüste aussieht. Ich war aber noch nicht so ganz zufrieden, weil ich hier unten dieses Kasten nicht haben wollte. Der musste irgendwie weg. Also habe ich als nächstes eingegeben Dark Blue Sea. Dann kam beim letzten Mal das hier rum und jetzt habe ich meine ganze Karte bereinigt und sie sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Damit ihr das Ganze ein bisschen besser einordnen könnt, zoomen wir hier jetzt mal rein. Das ist also die Originalkarte, so wie sie ungefähr bei Inkanate aussah. Nur, dass hier unten schon der Name weggeschnitten worden ist. Die Eiswüste ist dann zu dem hier geworden und das sieht, finde ich, ziemlich cool aus. Also auch wenn die Berge hier oben schon fast ein bisschen zu original sind im Vergleich zu dem, was man hier hat, ist das im Übergang, finde ich, ziemlich flüssig. Und wenn man runter geht, dann fällt natürlich auch bei Desert, da wird es ein bisschen matschiger. Also wir haben jetzt hier sehr weiche Töne, weniger Konturen. Klar sind in so einer Wüste natürlich auch nicht viele Bäume oder sonstiges Zeug, aber das ist alles ein bisschen matschig. Hier ist auch der Fluss so ein bisschen komisch geschnitten und sowas. Da müsste man jetzt noch so ein bisschen nachschärfen, aber so funktioniert es im Grunde. Also für jedes dieser Bilder, die ich euch gezeigt habe, habe ich insgesamt immer, bis ich bei meinem Endergebnis angekommen bin, so rund fünf Minuten gebraucht. Und daran seht ihr einfach, wie mächtig das Ganze ist. Und ihr könnt natürlich sagen, ihr nehmt jetzt Bilder von euch und verändert sie einfach zum Beispiel, indem ihr rübergeht und sagt, ich möchte jetzt ganz gerne, dass das aussieht. Als wäre ich ein Cyberpunk oder als wäre ich ein Ritter oder sowas, indem ihr einfach eure Haare markiert, Helm eingibt und dann wird sinnvollerweise einer draufgesetzt. Ihr könnt auch Trading Cards benutzen, wie ich das mit der Tiamat Karte gemacht habe und mehrere fusionieren. Indem ihr zum Beispiel sagt, oben sitzt Tiamat und da unten möchte ich gerne, dass in der Nähe so eine schwarze Lotuspflanze wächst oder sowas, die so ein bisschen im Vordergrund ist, damit es auch einen Grund gibt, warum die Helden da jetzt eigentlich gerade gegen Tiamat kämpfen oder sonstige Dinge einfach da reinbauen, die ihr irgendwo aus dem Artwork findet. Ich finde, dass dieses Tool nicht nur unglaublich mächtig, sondern auch wirklich cool und wirksam ist und man kann sich hier wirklich viel Arbeit mit erleichtern, indem man sagt, ich nutze einfach diese AI, um bessere Ergebnisse zu bekommen von dem, was ich haben möchte oder ganz schlichtweg, um eure Handouts auszuschärfen. Und wie gesagt, ihr kriegt Ast rein in der Farbgebung, dazu passende Rahmen, zum Beispiel, wenn ihr die um irgendwelche Bilder oder Porträts rumziehen wollt. Ihr könnt die auf Alt- oder Neu trimmen, könnt die ganzen Sachen darin bearbeiten, könnt die Figuren mehr und mehr in eure Richtung schauen lassen, um verschiedene Perspektiven zu bekommen und so auch den gleichen Charakter sozusagen in verschiedenen Varianten darstellen, ohne auf irgendwelche AI-Tools im Internet zugreifen zu müssen, sondern ganz schlichtweg alles in einem Habend in Photoshop bearbeiten zu können. Was haltet ihr von dem Ganzen und was würdet ihr damit so machen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, ob ich jetzt gerade einfach nur gehypt bin und ihr alle sagt, das ist ein total überflüssiger Schrott oder ob ihr meint, das sind richtig coole Einsatzmöglichkeiten, die ich jetzt zum Beispiel in diesem Video noch gar nicht genannt habe. Und wer weiß, vielleicht mache ich ja irgendwann nochmal ein Folgevideo und erkläre, was euch noch alles so eingefallen ist und wie man das Ganze hier umsetzen könnte. Ist doch wirklich cool, was es heutzutage alles gibt, oder?